Keine Hochzeit, sondern eine Party mit seiner Lebensgefährtin. Der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi hat in einer Presseaussendung Medienberichte über angebliche Hochzeitspläne dementiert. Der 85-jährige Medienmogul ist mit der 32-jährigen Marta Faschina, Parlamentarierin seiner Partei Forza Italia, seit zwei Jahren liiert. Italienische Medien hatten am Dienstag berichtet, dass die beiden vorhaben zu heiraten. Das Band der Liebe, der Achtung und des Respekts, das mich mit Marta Faschina verbindet, ist so tief und fest, dass es nicht nötig ist, sie durch eine Heirat zu formalisieren. Aber gerade weil es sich um eine so tiefe und wichtige Bindung handelt, plane ich zusammen mit Marta, sie in naher Zukunft gebührend zu feiern. Und zwar mit einer Veranstaltung, an der meine Kinder und lieben Freunde teilnehmen werden, sagte Berlusconi in einer Stellungnahme. Zuletzt war Berlusconi fotografiert worden, als er Faschina im Fußballstadion in Monza küsste. Am Valentinstag hatte Berlusconi ein Foto auf Twitter veröffentlicht, während er mit Faschina feierte. Berlusconi hatte sich 2009 von seiner zweiten Frau, Veronika Lario, getrennt. Erst vor kurzem endete ein langjähriger Rechtsstreit mit Lario über millionenschwere Alimente. Nach zehn Jahren Beziehung trennte sich Berlusconi 2020 auch von seiner Lebensgefährtin Francesca Pascale.